Mal so, mit dem Rücken zur Wand steht jetzt nicht wirklich keiner von den beiden. Beide wissen, was der andere kann. Und ich denke, das könnte Mero in diesem Set einen relativ großen Vorteil geben. Aber Puford, man hat's gesehen, Puford, eine Trickkiste, die geht bis in die untere Etage. Ja, stimmt. Mit so einer genauen, großen Trickkiste muss man auch bei Mero rechnen. Man denkt so, man hat schon echt vieles gesehen bei Peach und dann macht er halt immer wieder was anderes und haut dir halt noch einen Hit rein und du lässt dich davon treffen. Und ja, dann denkt man sich, man weiß doch nicht so viel über den Charakter, wie man normalerweise denkt. Stay hydrated. Kurz mal sagen. Generell Long, ich frage mich, wie du bisher noch nichts getrunken hast. Ich bin Maschine. Maschine? Du meinst Rob, also I see. Ja. Sorry, du weißt, der muss doch. Ey. Ey. Da ist der Mann mit dem Wasser. Ja, ja, ich weiß. Danke. Dankeschön. Einmal Applaus dafür, ey. Bringt er das Wasser. Bester Mann, bester Mann. Das ist mein Honk. Also sein In-Game-Tag ist Honk. Nicht, dass ich ihn beleidige oder... Ehrenmann. Ich hätte nichts sagen sollen. Okay, aber that all aside. Wir kommen zu uns im Grand Finals of Mega Man? Ich denke Button Check. Oh, da auch nicht. Mega Man, weil die ist das legal? I mean, das ist... Oh, Omega. Ja, das ist eine Omega. Mega. Also mittlerweile ist diese Omega halt nicht nur mit Wänden. Und vorher waren halt Wände dabei. Deswegen... Okay. Also so eine Wand, die halt so runter geht wie bei Carlos. Ja. Aber mittlerweile ist das jetzt so eine Pokémon... äh, Pokémon sag ich schon. Final Destination geworden. Ja. Deswegen kann man diese Stage jetzt auch legitim picken als Omega. Wenn beide agreeen. Ja, ich war kurz verwirrt, weil Megaman... Die Megaman Stage war ja tatsächlich legal bei Valhalla. Was? Ja. Also halt, weil sie auch so runter geht und halt vielleicht nicht so weit nach oben geht wie Carlos. Damals hat man ja noch alles rumprobiert. Aber ja, danach hat man die Stage nicht mehr gesehen. Besser ist es. Was, du magst keine Megaman Musik? Ähm... Oh, sag nichts Falsches. Also... Hey, hey, hey. Ich mag die Stage... Ich mag die Musik schon, nur die Stage an sich ist halt... Oh! Oh, sehr schönes Turnip Game. Turnip Edgegott. Musik ist schon cool, aber die Stage... Normale... Normale Stage an sich ist nicht so gut. Ich weiß ja nicht, wer es gepickt hat. Vielleicht Meru, weil dann wäre er Meru-Man. Yikes. Sorry. Okay. Die schlechten... Die schlechten... Die schlechten Pants werden dir rausgehauen. Ah, okay, okay, okay. Tut mir leid. Jedenfalls, back to the game. Meru mit einer relativ guten Lead. Oh! Was hier auch... Was hier auch sehr gut ist bei Schulk, was ihm auch seinen Cover-Remix-Up ein bisschen erweitert. Und er kann seinen zweiten Up-Hit ein bisschen verzögern, bis er den zweiten Head raushaut. Ja. Und das hat er jetzt ziemlich gut genutzt, indem er einfach ganz kurz den Toad abgewartet hat. Mhm. Und ihm dann erst den zweiten Head reingehauen hat mit dem Smash-Monado. Ja. Ja. Also, man hat's gesehen. Eigentlich hatte ich das Gefühl, dass Meru wusste, was kommt. Und selbst dann nach 2-4 ist noch einmal ein bisschen Mix-Up vom Timing her, dass es trotzdem getroffen hat. Ja. Also, sick. Das, finde ich, halt wirklich ist die Stärke, das ist so die größte Stärke von 2-4. Er weiß immer, dass er andere Sachen machen muss. Sein Mix-Up-Game ist unglaublich. Ja. Aber ich finde, nicht nur bei allen Charakteren ist das so, aber speziell bei Schulk musst du das machen. Weil Schulk hat halt so viele Sachen, die er anders machen kann. So, was halt bei manchen Charakteren halt nicht so ist, wie zum Beispiel so ein gewöhnlichen Mittier, der halt auf ein paar Options begrenzt ist. Und Schulk hat halt so viele Sachen, die er machen kann und die muss er halt alle nutzen. Oh, es geht unter die Latch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das haben wir jetzt natürlich auch das ganze Set über nicht gesehen. Ja. Das wusste ich allerdings schon, nur dass er das nicht einmal gemacht hat, hat mich halt überrascht. Aber jetzt? Jetzt im Grand Final? Natürlich muss man dann erstmal jemanden forcieren, an der Latch zu bleiben. Ja. Ich kriege langsam das Gefühl, Mero hat heute Latch-Syndrom. Oh. Oh, okay. Hallo. Ja, die Backers haben getraded. Okay. Man konnte die Backer kaum erkennen, aber okay. Ja. Immerhin. Die haben halt beiden Hinten abbekommen, aber Mero hat mehr Prozent bekommen, was halt quasi schon ein bisschen in die Hände von Truffaut spielt. Aber trotzdem, Stock zu verlieren ist halt... Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh mein Gott. Was? Alter. So schnell. Die Execution. Wow. Wow. Ich dachte legit, das wäre ein SD. Ich dachte, das war's. Ich dachte auch. Ich glaube, vielleicht sogar Mero dachte auch, dass das war. Ja. Mero war bestimmt auch sehr überrascht, dass er noch zurückgekommen ist von so weit unten. Das Monado hat ihm noch einmal Kraft gegeben. Ja. Und jetzt im Smash Monado. Mittlerweile hat Truffaut kein Lead mehr. Ja. Selbstverständlich nach der Aktion, aber Smash Monado ist draußen. Smash Monado. Oh. Oh my God. Und er holt das nächste Game von Mero. Bei 90 getroffen. Und es tötet. Ich weiß. Wo macht das Sinn? Unglaublich. Unglaublich. Also heute kann echt alles, alles passieren. Ja. Wow. Und Truffaut gewinnen zu sehen, ja, würde mich Loki schon echt glücklich machen, weil ich hab ihn so damals, hab das Potenzial von ihm damals schon in zwei Spielen so gesehen und hab ihn so als asigatischen Gott von Deutschland getitelt. Und das würde mich halt Loki schon glücklich machen. Aber ich würde es halt auch Mero gönnen. Ich gönne es halt beiden. Nee. Auf gleicher Ebene. Das sind beides wirklich sehr, sehr, sehr gute Spieler. Spieler, die sich in ihren jeweiligen Communities einsetzen. Spieler, die bekannt sind. Und ich finde die beiden Spielen halt vor allem sehr gutes, super, spartes Ultimate. Und das gefällt mir halt am besten. Ich finde, oh, Mero hat jetzt sein Kleid gewechselt und ist jetzt auf das Schwarze gegangen. Und vielleicht wird ihm das ein bisschen mehr, zumindest mental, mehr weiterhelfen. Ich hab das Gefühl, die Kamera ist runtergefallen. Wird das sein? Ja. Die Kamera ist runtergefallen. Kamera? Okay. Ich sag's nur einmal. Ja. Aber, ja. Auf jeden Fall, sie gehen wieder auf eine Omega. Anscheinend ist das Mero's Leben. Also ich kann es sehen, weil du danach besser, ich weiß nicht, ich glaube, wenn jetzt schurkt durch eine Plattform mit einem Nair oder mit einem Forward, er kommt halt mit so einem richtig großen Schwertmove. Da kann die Plattform vielleicht dafür sorgen, dass du unter der Plattform bleibst. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ey! Wow, Tufor, gerade echt. Tufor mit dem Momentum, ey, wow. Weg ist die Kern. Aber, Tufor ist jetzt auf jeden Fall richtig am Start, aber Mero lässt das natürlich nicht so einfach zu. Mero, wie gesagt, auch ein Spieler, gegen den man niemals im Lead sein kann. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich will ganz kurz sagen, so damit das auch nicht vergessen wird, Tufor hat Mero reverse 3-0 und jetzt steht er 1-0. Er ist currently up 4-0 gegen Mero. Das stimmt, aber man darf den Tag nicht vorm Abend lohnen. Vielleicht holt Mero auch das reverse 3-0 jetzt wieder und ja, es könnte either way gehen. Also, wie gesagt, Dokumi. Oh, da ist die Fähr. Nice. Also heute ist schon wirklich alles passiert und ich denke, es kann weiterhin auch wirklich alles passieren. Ja. Was Upsets und so angeht. Es ist auch krank, dass wir jetzt quasi so ein Matchup sehen, dass man eigentlich gar nicht so oft sieht. Ja, so, ich glaube, weniger haben erwartet, dass Tufor ist all the way to Grandschaft gegen Mero und dann noch Winnerside. Ja. Und dann ja, selbst jetzt noch mit einem 1-0 für, oh okay. Oh mein Gott, er wollte den Reeds. Ja, er wollte, oh nein, okay. Oh, das hat nicht gereicht. Nice. Nice. Auf jeden Fall trotzdem, ich glaube, er wollte in dieser Situation einfach etwas zu viel mit dem Upsmash-Spiel und das ist natürlich die Sache. Du hast dieses ganze Momentum und dieses Momentum kann dich ein bisschen, du kostest zu viel davon, weißt du, und das macht dich vielleicht etwas zu voreilig. Ja, es kann dich quasi aus deinem Gameplay bringen und das könnte dir dann im schlimmsten Fall den Stock oder das Match sogar machen. Oh mein Gott, und er spielt das Peach-Game, indem er einfach die Turnips schmeißt, um Openings zu kriegen. Wow. Oh, jetzt kommt der Damage. Jetzt kommt der Damage. Nice DI von Meru. Back. Nice DI von Meru, weil ich dachte, der Aftel connected eigentlich True. Dachte ich auch, aber anscheinend nicht. Gleich Peach zu Floaty. Und ich glaube jetzt, okay, okay, okay. Oh, Meru jetzt gut mit dem Armstab. True Force ein bisschen am Hasten. Ja. So. Also, ich glaube, er muss jetzt gerade wieder ein bisschen low machen. Er muss ein bisschen low machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was soll das? Nein, warte, die Magnet Hands. Oh, das heißt das. Der Drift. Und der Drift besiegt sogar noch die Turnip. Okay, das ist wieder so ein True For Meru Classic inzwischen. Oh mein Gott. Was passiert als nächstes? Oh. Oh. Oh, er hat's gut gemacht. Oh, what the? Oh Gott. Oh Gott. Okay, Shield Monado. Er braucht den Damage. Monado, er hat jetzt smashed. Okay. Warte, warte, warte. Doch nicht, doch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich dachte, jetzt kommt der. Zu viel Flash. Oh mein Gott. Oh, das war der reichte. Er hat keinen Jump, oder? Das war's nicht. Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Oh mein Gott. Was waren das für 30 Sekunden gerade? Oh mein Gott. Und das Schlimmste ist, diese 30 Sekunden, die zwei hatten 90% Unterschied. Ja. Und es war trotzdem last hit quasi, weil Shulk einfach dieses Smash Monado hat. Es war dead even, ja. Shulk, ich glaube, definitiv einer der besten Combat-Charaktere im Game. Einfach nur wegen der Smash-Art. Ja. Es war wegen der Smash-Monado. Einfach alle Monado-Arts geben ihm so viele Möglichkeiten. Du kannst aus einem Smash-Monado, aus Spielmonado-Art Momentum gainen. Und aus diesem Momentum kannst du Buster Damage machen. Und nach dem Damage kannst du halt einfach versuchen, so früh mit Smash zu töten. Jetzt bin ich gespannt. Mero wieder mit dem Color Switch. Die Gleit wird gewechselt. Auf das Goldene. Goldene 40. Weiß ich. Eigentlich sieht es für mich eher aus wie so Sprühlack. Game. Ich weiß es. Es sieht für mich aus wie so Sprühlack-Peach. Ja, kann sein. Game 3, wieder eine Omega. All the way Omega heute. Ja. Ich finde es halt auch interessant, dass True4 ihn auch aufwärmt. Die immer counterpickt. Ja. Anscheinend scheint die Stage auch relativ gut zu sein, weil sie auch sehr viel Platz beinhaltet. Und ich glaube, die beiden haben sich auch in irgendeiner Form an das Neutral gegeneinander auf dieser Stage jetzt gewöhnt. Ja. Und Sachen, die man könnten sich vielleicht ändern und das wollen vielleicht beide nicht. Ja, die wollen sich gegenseitig versuchen zu outplayen nur noch. Und ich fand es sehr interessant. Mero hat gerade auch das Shield von True4 Geflowed cancelt und ihn dann aus dem Jump rausgegrappt. Und es sah schon sehr interessant aus. Oh, Smash-Money an. Oh, mein Gott. Der Mix-Up trifft. Okay, ich glaube, Backflow-Kill. Nee, nicht ganz. Pre-Patch auf jeden Fall. Ja, Pre-Patch hätte das um Längen getötet. Pre-Patch wäre Peach jetzt in Halle 13. Aber ja, schade drum. Denn deswegen ist das Talk immer noch nicht weg. Aber Mero trotzdem mit einer relativ advantageous Position. Oh, nice Back. Manchmal kann man wirklich nur das sagen. Ja. Oh, okay, oh. Zu hoch becovered, zwar nicht so klug gehandelt von Mero, aber oh. Okay. Nicht. Na, Forward-Throw-Killt auf. Jump ist raus. Oh, der ist tot. Oh, okay. Sehr schöner Snipe. Und ich habe das Gefühl, Mero weiß, dass True4 langsam die Low-Recovery bevorzugt. Ja. Indem er unten erst zu Jump wechselt, um einfach safe an die Ledge zu snappen. Ja. Und deswegen weiß er jetzt schon, in welcher Trajectory er seinen Turnip schmeißen muss. Ja, vor allem High-Recover gegen Peach ist halt immer so eine Sache, weil du entweder die abbeifressen könntest, weil sie kann halt immer noch töten, auch wenn sie stark genervt wurde. Mhm. Ja, ja, ja. Vor allem als Peach. Mhm. Jetzt heißt es mal wieder ganz in Ruhe spielen. Ich glaube, keiner will jeweilige Leads abgeben. Noch ist es even. Noch. Save. Okay. Buster Art. Buster. Er kriegt noch keinen Damage-Rat. Oh. Er kriegt den Grab. Nähr safe und shield. Okay. Das war keine gute Entscheidung. Keine gute Entscheidung. Ja, ja, ja. Aber. Noch ist es nicht vorbei. 80% auf Peach. Basically Kill Percentage jetzt. Basically Kill Percentage, ja. Oh. Nice. Klappe Sache, ja. Der Ledge-Pressure von Shulk in der Smash-Shut ist amazing. Ja. Vor allem, wenn man es so nutzt wie Chufor. Ja. Also, man muss halt irgendwie Options gessen. Wenn du von der Uptilt bei 80 getroffen wirst, bist du tot. Deswegen bleibst du meistens im Shield. Du kannst nicht underlatch bleiben, weil du forward grab wirst. Was ist gerade passiert? Sie haben darüber gelacht, dass Shulk im Shield Monado sehr langsam auf Mero zugelaufen ist. Und, ähm, oh, okay, 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 oh, nein, und der Mix-Up kostet ihn seinen Stock. Etwas uncharakteristisch. Er wollte das Game ein bisschen zu früh zumachen. Er hat jetzt ihm gut Damage reingedrückt, aber, ja, es kostete ihm halt den Stock. Es waren halt so die 40% oder so. Und, ja, der Stock war halt dementsprechend weg. War halt ein bisschen traurig an der Stelle für Mero, aber, oh, 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 oh vor. Du denkst, du hast eine Lead. Der will, dass du das denkst. Und dann haut er den Mix-Up raus und killt dich bei was war das? 30? Das war bei 30. Ein Spike mit dem Smash-Monad. Warst einfach 2-4 mit der 2-1-Lead jetzt. Gerade dabei, das Turnier eventuell zu gewinnen. Ja. Nach seinem Level-Up aus Australien. Oh ja, oh ja. Oh, ich dachte gut, Paul. So. Und das ist der Match-Point für 2-4. Und jetzt noch einmal von der Crowd. Applaus für das vielleicht letzte Match des Tages. Oder auch nicht. Also die Crowd ist heute echt wunderschön. Das freut mich so sehr. Immerhin. Ihr macht das so toll, wirklich. Okay, zurück zum Match. Okay, zurück zum Game. Wieder einmal FD. Also, wir sind wieder bei FD. Schulk direkt mit einem Triple-Forward-Air zur Buster-Arc. Und es ist wirklich so gut, weil wenn er die Triple-Forward-Air mit dem Speed-Mode bekommt, kann er gleichzeitig Buster raushauen, weil Peach befindet sich ja dann noch in der Luft und der Disjoint ist einfach sowas von stark. Ja. Okay, oh mein Gott. Doppel-Jub ist raus. 2-4. Doppel-Jub ist raus. Tufa gibt hier auch wirklich alles, um wirklich das Game zu beenden und das Set zu beenden für sich. Tufa spielt gerade auf einem anderen Level. Das ist ein anderer Tufa, als ich ihn jemals gesehen habe. Er spielt so gut und seine Mix-Ups sind so on point. Und Peach hat es auf jeden Fall auch ziemlich schwer in dem Match. Ja, es kommt echt schwierig rein. Oh Gott, oh mein Gott. Okay, yes. Speed. Okay. Man denkt auch einfach, ja, kann man bestimmt contesten, aber es geht auch nicht. Er carriert ihn einfach literally offstage. Meru ist jetzt der, der in der Pressure-Position ist und er muss ihm unbedingt den Stock wegnehmen und dann hast du Altrufer mit dem Shield-Monar. Und der baut seinen Leads so krank aus. Das killt noch nicht. Nein. Nerv sei Dank. Oh, ja, okay. Nice, nice. Mann, da konnte Schulk aber gar nicht viel machen. Ja, er hätte halt lower gehen können, aber da war er sich halt ein bisschen unsicher und dachte so, ja, ich treffe jetzt Peach mit meiner Immensen Rage, aber es war halt nur ein klein Pixel verfehlt. Die ganzen Turn-Ups von vorher haben da auf jeden Fall für das Conditioning gesorgt. Oh, oh, okay, okay. Er wartet, er wartet. Er smash-Monar, du, ist gefährlich. Oh, er hat den F. Oh mein Gott. Guter Call-Out von Meru, dass Truffaut jetzt für den Grab gehen wollte. Ja. Oh mein Gott. Und was ist das für eine Story, wenn Truffaut das jetzt gewinnt? Ja. Kommt von Australien zurück. Oh mein Gott. Abbie, ein ganzer Start-Leave. Eine Full-Start-Leave. One more Start-Chance in the crowd. Oh mein Gott. Er ist schon vor gerade dabei, das Geld zu holen. Die Crowd ist am Eskalieren. Oh mein Gott. Truffaut. Kannst du das Ding zumachen? Meru jetzt immer noch in einer super gestressten Position. Ja. Meru nicht. Es sieht so schwer aus. Es sieht halt echt so schwer aus. Ich verstehe nicht, was Meru jetzt machen könnte. Du bist halt von allem outranged. Du musst halt reinkommen, irgendwie. Wenn er einmal whiffed. Aber dann kommt halt eine Nähe und du wirst getroffen und kriegst direkt 20 Prozent. Ja. Oh mein Gott. Und ich glaube, das letzte Game war halt bestimmt auch so ein Mindset-Hit gegenüber Meru. Ja, so ein Mindset-Break einfach. Einfach bei dem Prozent. Bei deiner Lead vor allem noch. Oh mein Gott. Das tut halt auch einfach in dem Kopf weh. Ja. Nach einer Zeit. Das ist so einfach. Oh mein Gott. Das könnte reichen. Oh mein Gott. Das ist jetzt. Oh mein Gott. Meru. Truffaut gewinnt. Oh mein Gott. Mit dem krankesten Mix-Up. Wow. Oh mein Gott. Truffaut gewinnt. 3 zu 1. Unglaublich. Die Leute stürmen auf die Stage. Krass. Oh mein Gott. Truffaut gewinnt Dokumi. Unglaublich. Unglaublich. Sechster Seed. Sechster Seed. Und gewinnt das Turnier. Nicht ein Set gedroppt. Oh mein Gott. Alter. Truffaut. Oh mein Gott. Der King aus Hessen. Der King aus Hessen. Und definitiv nicht nur ein Top 3 oder 5 Spieler aus Deutschland, sondern dieser Typ hier ist definitiv eine europäische Människ. Und dafür noch mal Applaus. Euer Seeger ist Truffaut. 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 Unglaublich. Was für ein Tag. Was für ein Turnier das heute war und gestern. Long, ich habe keine Worte mehr. Ich kann auch nicht mehr sitzen eigentlich, weil das war gerade viel zu eif für mich. Nee, also, unglaublich. Ich habe gerade eine Ansage bekommen, dass, wenn ihr alle jetzt gehen wollt, bitte geht aus CCD Ost raus und nicht irgendwo anders. Hier, nochmal kurzen Shoutout an die Kommentators, oder? Auf geht's! Und Long hat immer noch nichts getrunken. Okay, ich muss jetzt auch alle Zuschauer bitten, einmal die Halle zu verlassen. Wir sind sehr spät dran. Die Top 8 bleibt nochmal kurz hier. Ihr kriegt eure Preise. Alle, die es Top 8 geschafft haben, kommen mal auf die Bühne. Aber alle Zuschauer müssen jetzt raus. Also auch Bekannte und Freunde, bitte verlasst die Halle. Und zwar in diese Richtung dort. Okay, und einen Shoutout haben wir noch vergessen. Bitte noch einmal einen kräftigen Shoutout an die Leute von Team Kalim.